Hier rüber. Noch ein Stück. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Ich kann ihn als Ersatzteillager nutzen. Dieser Schrott hier bringt dich durchs College. Irgendwas hier drin muss dieser Familie doch Geld bringen. So, du altes Wrack. Jetzt zeig mal, was in dir steckt. Was ist denn mit dir passiert? Hier. Das ist kein normaler Stahl. Ich glaube, das ist nicht mal ein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer. Dad! Ich frage sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Ich würde mich mit einem Texaner lieber nicht anlegen. Eine neue Ära hat begonnen. Die Zeit der Transformers ist vorbei. Kapierst du es nicht? Wir brauchen euch nicht mehr. Dad! Sie hätten meine Familie in Ruhe lassen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020